Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es um das Samsung Galaxy Tab S6 Lite Tastaturcover. Genau genommen das von ITFIT. Ich zeige euch das jetzt gleich mal aus der Nähe. Und zwar haben wir hier jetzt das Tablet in der Hülle. Ich bilde euch gleich ein, wie man es eigentlich in die Hülle bekommt. Wir können das hier aufklappen. Dann haben wir hier die Tastatur. Wir können nicht weiter als so aufklappen. Also man kann es nicht auf die Rückseite klappen. Man kann es allerdings hinstellen. Man hat hier hinten ein Scharnier. Man kann es mit diesem Scharnier auf einen Tisch stellen. Die Tastatur wird unten, wie ihr hier sehen könnt, in die USB-C Buchse eingesteckt vom Tablet. Es wird hier reingeschoben. Dann verbindet sie sich automatisch. Außerdem haben wir zum Laden des Geräts. Hier unten einen USB-C Anschluss. Es sind Aussparungen für Kopfhörer, Kamera und Lautsprecher vorhanden. Auch an die Tasten kommt man ran an der Seite. Und es sind unten so Gummistopfeln, dass das Tablet nicht wegröscht, wenn man es verwendet. Über den USB-Anschluss außen kann ich allerdings gleich noch sagen. Also den an der Außenseite. Hiermit kann das Gerät geladen werden, ohne dass man es aus der Hülle herausnimmt. Der Datentransfer klappt damit aber nicht. Ich habe versucht, Daten von meinem Laptop eben auf das Tablet zu ziehen. Und das funktioniert nur, wenn man es aus der Hülle herausnimmt und es direkt am Laptop ansteckt. Also scheinbar ist dieser Anschluss nur zum Aufladen und nicht zur Datenbetreuung gedacht. Das ist etwas schade. Noch etwas zur Haptik. Die ganze Tastatur besteht aus Kunststoff. Der Druckpunkt der Tastatur ist ziemlich gut. Und das Touchpad funktioniert, auch wenn es sehr ungewöhnlich ist, Android mit einer Maus zu verwenden. Ich denke, die Tastatur richtet sich an Leute, die das Tablet eben wie eine Art Laptop verwenden wollen. Ich meine, man kann es gut hinlegen und kann dann schön Texte darauf schreiben. Das funktioniert. Allerdings richtet es sich weniger an Leute, die mit dem Stift und dem Tab S6 Lite arbeiten wollen, so wie ich. Denn wenn man es hinlegt, liegt es immer schräg auf dem Tisch, beziehungsweise man kann auch die Tastatur nicht umklappen oder ganz abnehmen, weshalb sie immer so ein bisschen stört. Und es ist auch etwas störend, wenn man das Tablet im Hochformat verwenden möchte. Außerdem habe ich festgestellt, dass der Akkuverbrauch mit der angeschlossenen Tastatur erhöht ist. Ich bin mir nicht sicher wieso. Speziell der Standbyverbrauch ist höher. Das heißt, ich habe es über das Wochenende liegen lassen und dann waren auf einmal nach diesem Wochenende einfach 30, 35, 40 Prozent weg. Was unlogisch ist, denn wenn ich das Tablet nicht nutze, möchte ich auch nicht, dass die Tastatur aktiv ist. Und wenn ich es ohne diese Tastatur verwende, hat es diesen erhöhten Akkuverbrauch nicht. Also wie schon im Video erwähnt, ich denke vor allem diese Tastatur ist für Leute, die das vor allem als Laptop nutzen wollen, das Tablet. Für alle, die es mit dem Stift nutzen wollen, würde ich davon eher abraten. Ich habe euch allerdings eine Alternativ-Tastatur verlinkt, falls ihr trotzdem teilweise eine Tastatur nutzen wollt. Die ist von Finti. Mit dem Hersteller habe ich schon gute Erfahrungen gemacht. Das ist auch keine Werbung. Das ist einfach nur eine Erfahrung meinerseits. Würde ich jetzt mit der Tastatur arbeiten wollen, würde ich zu dieser greifen. Das ist eine Bluetooth-Tastatur und die kann man auch abnehmen. Meine persönliche Meinung ist eben, wie ich schon gesagt habe, ich würde mir, wenn ich eine Tastatur brauche, ganz dringend eine andere kaufen. Die hier war jetzt beim Tablet dabei, weil das eine Aktion von Samsung war. Ich selbst werde die Tastatur allerdings gebraucht weiterverkaufen, denn ich habe dafür einfach keine Verwendung. Ich verwende jetzt ein ganz normales Flipcover. Das reicht mir, denn ich nutze es vor allem eben zum Filmeschauen, für Zoom-Meetings und zum Schreiben auf dem Tablet. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen weiterhelfen, der sich für dieses Tastaturcover interessiert. Wie gesagt, der Druckpunkt ist ziemlich gut und als Notebookersatz wäre das tatsächlich etwas, wo man in Betracht ziehen könnte, aber für mich ist das nichts. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. Tschüss. 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 Bye. Bye. Untertitelung des ZDF, 2020